Hallo Freunde, hallo zusammen. Jetzt möchte ich noch mal den Ninja Swipe probieren. Diesmal weiß ich glaube richtig wie es geht. Wie gesagt ein bisschen weiß um die Ringe herum machen und dann drüber swipen, dann dürfte es gut funktionieren. Ich habe jetzt mal einen Kairam mit 30 auf 30 cm genommen, also quadratisch und dann schauen wir mal wie es funktioniert. Dann bis gleich. So, dann lasst uns starten. Ich habe wie gesagt noch mal dieses magenta und ein bisschen weiß, brillant grün, dann saft grün und schwarz. Und noch mal einen großen Becher weiß angerührt. Diesmal etwas dünner auch. Ist glaube ich besser. Ich habe mich überraschend. Ich werde mich überraschend unterreicht. Ich habe mich überraschend. Ich habe mich überraschend hat. Ich werde mich überraschend verlaufen. Es gibt mirute die Musik überraschend, ich habe mich überraschend. Ich bedenbe dir. Ich kann mich überraschenderte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020